Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 4 und herzlich willkommen. Ich bin hier gerade auf Facebook und zwar es geht hier um den Torben und zwar habe ich ihm versprochen, dass ich ihn auf YouTube erwähne. Und zwar, es ging eigentlich nur darum, dass ja Torben ein Abonnent von mir ist, natürlich. Er hat mir auch auf Facebook geschrieben, wobei ich sagen muss, ich bin auf Facebook so gut wie gar nicht. Ich nutze Facebook nicht mehr und poste auf Facebook auch nichts mehr. Auf jeden Fall ist es so, dass er mir dort geschrieben hat und es geht darum, dass sein Freund Henning, glaube ich, war es, seine Freundin hat ihn verlassen und was ich ihm raten soll. Ja, was rate ich da? Was ratet man da? Ganz klar, man sollte nicht irgendwo in diesem Raum sitzen, irgendwo im Zimmer sitzen. und Google befragen, was man tut, sondern man sollte rausgehen in die Natur, in den Wald, wenn da Wald ist oder irgendwo in den Park oder irgendwas machen. Vielleicht in ein Museum rein, klingt ein bisschen kitschig, ist aber toll. So, einfach rausgehen, einfach Ablenkung. Mit Ablenkung meine ich jetzt nicht Call of Duty zu zocken, das bringt mal nichts. So, auf jeden Fall. Hat er mir das geschrieben, ja? Und ich soll mal ein Video über Tattoos machen, werde ich auch mal machen, meine Meinung zu Tattoos. Äh, ja. So, machen wir aber wieder zu. Äh, es geht mir aber heute mal um diese komischen Teile, um diese Supercomputer. Schluck auf. Man darf, man kann diese Teile ja auch als Supercomputer bezeichnen. Ja, typischer Fall von Sturzschaden. Dieses Handy ist mir auf den Boden geknallt, aus ungefähr 40 cm Höhe, auf dem Holzboot und schon ist das Teil gesprungen. Krasse Sache, oder? Finde ich auch. Äh, ja. Ja, auf jeden Fall war es günstig, ist mir egal. Ähm, ich werde auf jeden Fall, oder ich hoffe bald, dass das S6 Mini rauskommt von Samsung, weil ich warte schon die ganze Zeit. Ich war kurz davor, gestern 300 Euro vom Konto abzuheben und mir das S5 Mini zu holen, aber ich habe mir gedacht, nein, Flo, das Geld sparst du dir. Dieses Geld ist rausgeworfenes Geld, das S5 Mini ist zwar toll, ich habe es gesehen, habe es getestet, 8 Megapixel Kamera, toll, HD Bildschirm, toll, aber es gibt schon für günstigeres Geld bessere Technik. Das Problem, jedes Jahr kommen neue Smartphones raus und das alte Smartphone ist dann veraltet. Veraltete Technik, äh, deshalb, ich warte jetzt einfach auf das S6 Mini und ich hoffe, dass das S6 Mini, äh, besser ist als das S5 Mini, weil vom S5 Mini bin ich eigentlich schon relativ gut begeistert, aber es geht noch besser. Ich finde einfach, dass das S6 Mini, äh, könnte noch mehr, könnte noch mehr Power haben, ne, und das wird wahrscheinlich erst im S6 Mini eingebaut, vielleicht wird das S6 Mini ebenfalls eine 16 Megapixel Kamera haben, äh, Full HD Bildschirm, wir können mal abwarten. Aber ich hole mir auf jeden Fall, und das habe ich mir auch besprochen, äh, habe ich mir durchgesetzt, ich hole mir das S6 Mini, wenn es rauskommt, ähm, und dieses Handy hier, das behalte ich, das benutze ich dann immer in der Hosentasche und so, äh, aber das S6 Mini, das werde ich nicht in der Hosentasche tragen, das werde ich auch nicht irgendwo mitnehmen, sondern das lasse ich hier bei mir zu Hause, hier irgendwo hier rumliegen, keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich mir das holen, ne, ich könnte mir natürlich, ich könnte mir natürlich auch einen Laptop holen, ne, aber ein Laptop, äh, ist zwar schön, aber so ein Smartphone, das ist, ich weiß nicht, es ist wie ein Wunder, wie ein Wunder. Ne, ne, in diesem Smartphone, äh, ist die Datenmenge von 2500, von 2500-fachen aller geschriebenen Bücher passt da rein. Ja, in dieses komische Ding. Sieht zwar nicht mehr gut aus, aber hat immer noch eine 5 Megapixel-Kamera. Hat mich, regt mich natürlich auch auf, wenn ich jeden Tag das Display sehe, Gott verdammt, da bin ich immer, sag ich mir, Gott verdammt, komm, ich gehe jetzt in den Mediamarkt und hole mir ein neues Handy. Aber ich warte jetzt einfach auf das S6 Mini, wenn es rauskommt, und dann geht's ab. Haut rein, Leute, wir sehen uns, bis zum nächsten Mal, und ciao. Schreibt mir aber noch in die Kommentare, was für ein Handy du hast. Bis dann, ciao.